Zwei Gründe, warum meiner Meinung nach durchaus die Chance da ist, dass der Euro zum US-Dollar dieses Jahr noch weiter zulegen könnte, die möchte ich jetzt mit dir besprechen. Auf der einen Seite gibt es einen charttechnischen Grund, das schauen wir uns natürlich gleich ganz genau in der Analyse an. Und auf der anderen Seite gibt es einen fundamentalen Grund. Und diese fundamentalen Gründe, die liegen momentan in der Diskussion zu Inflation und Zinssätze. Letzte Woche gab es ja Verbraucherpreisdaten aus den USA und da ist die Kerninflation von 4,8 auf 4,7 Prozent im Juli zum Vergleich zum Vorjahreszeitraum gefallen. Kerninflation, das ist ja die Inflation eben ohne Energie, ohne Lebensmittel, weil diese Preise recht volatil sind. Und das ist aber auch diese Kerninflationsrate, das worauf die Notenbank besonders schaut bei der Bekämpfung der Inflation. Und also, da schwächt sich das Ganze ab. Dann haben wir den Punkt, dass wir momentan einen Zinssatz von rund 5,25 bis 5,5 Prozent in den USA haben. Und volkswirtschaftlich sagt man, wenn man Inflation nachhaltig bekämpfen möchte, dann muss der Zinssatz eben höher sein als die Inflationsrate. Das ist momentan in den USA der Fall. Das nähert jetzt auch die Spekulation, dass es im September bei der nächsten US-Notenbankssitzung zu keiner weiteren Zinsanhebung kommt. Das FedWatch-Tool weist eine Wahrscheinlichkeit mit rund 90 Prozent aus, dass also die Zinsen bei der nächsten Sitzung entsprechend stabil bleiben. Auf der anderen Seite des Teiches, also hier in Europa, in der Eurozone, da sieht das ganze Bild noch ein bisschen momentan zumindest ein bisschen anders aus. Dort haben wir einen Zinssatz von 4,25 Prozent bei der EZB, aber eben Inflation von rund 5,5 Prozent. Jetzt diese Woche gibt es aber neue Konjunkturdaten aus der Eurozone zum einen zum Bruttoinlandsprodukt und auf der anderen Seite natürlich auch zu den Verbraucherpreisen. Und wenn diese Verbraucherpreise noch sehr hoch sind und sehr verfestigt sind, dann könnte es sein, dass eben auch im September bei der EZB-Sitzung die Notenbank sich gezwungen sieht, auch dort die Zinsen nochmal deutlicher anzuheben im Vergleich zu den USA. Und wenn die Zinssätze dann steigen, ist auch die Chance da, dass da nochmal Kapital angezogen wird, dass also der Euro dann nochmal ein Stück weit aufwertet und dann nach oben ziehen könnte. Wie es charttechnisch aussieht, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an auf der Plattform von Capital.com. Los geht's! Starten wir direkt durch, wie gewohnt im Wochenchart, um uns zunächst erstmal einen Überblick zu schaffen. Und wir sehen es hier, die Bewegung, Korrektur und somit einen Abwärtstrend, der wurde dann schlussendlich, ich muss nochmal weg, dann sehen wir es besser, hier das Tief und hier dieses Tief. Da hat das dazwischenliegende Hoch hier sehr deutlich gebrochen und da sehen wir weiter im Verlauf Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung. Das heißt, wir befinden uns aktuell hier im Wochenchart in der Korrektur eines Aufwärtstrends. Überkauft waren wir noch nicht, muss auch nicht zwingend, aber am Signal hier ist das immer ein bisschen schöner. Und wir sehen, dass wir hier an den gleitenden Durchschnitt herangelaufen sind, an dem 200er und dort jetzt hier momentan abgeprallt sind. Ähnlich sehen wir es hier, dass wir abgeprallt sind. Erfahrungsgemäß ist es oft, dass wir nochmal einen Retest dieser Zone bekommen, also dass wir nochmal nach oben heranlaufen. Das kann, das muss nicht so kommen, aber die Chance besteht durchaus. Von daher Widerstand wäre für mich jetzt hier in diesem Bereich bei 1,1230 anzusiedeln. Gebrochen wäre der Aufwärtstrend nicht, wenn wir hier nach unten durchlaufen, sondern wenn wir hier nach unten durchbrechen, denn wir haben hier das Hoch, hier das Tief, hier nochmal das Höhere Hoch, hier das Höhere Hoch und das Tiefere Tief in der Mitte, das liegt eben hier in diesem Bereich. Somit ist das augenscheinlich auch die wichtigste Unterstützung, die wir hier haben. Aber, dazu habe ich das jetzt mal größer gemacht, als Unterstützung ist mir der Bereich über 1,0869 wichtiger. Und das sehen wir hier, wir haben zum einen hier die Umkehrstäbe und in der Folge diese lange Kerze, wo wir hier Power auf den Markt bekommen haben und nach oben gelaufen sind. Parallel dazu sehen wir, dass die Linie hier ungefähr in der Mitte dieser Umkehrstäbe liegt, also der dort, der Lunden hier unten, denn hier linksseitig im Chart, und das sehen wir hier an die vorangegangenen Hoch, sehen wir, dass wir hier Käufer in den Markt bekommen haben, Käufer in den Markt bekommen haben. Hier sehen wir nochmal, dass der Markt hier nach oben gezogen ist und das ist jetzt das Entscheidende am Eröffnungspunkt. Wir sind zunächst nach oben gelaufen und sind dann nach unten weggefallen, das heißt die Verkäufer haben hier quasi die Übermacht bekommen und dann lesen wir hier aus diesen Kerzen heraus, dass eben neue Verkäufer durchaus versucht haben, ganz offensichtlich hier in den Markt hineinzukommen, also den Kurs hier wieder nach unten zu schieben, aber die sind dann hier im Endeffekt überrannt worden. Das heißt, Verkäufer sind hier aus dem Markt rausgeflogen, im weiteren Verlauf gab es dann hier nochmal Schubkorrektur und dann hier in dieser Zone sind die Käufer nochmal reingekommen, das heißt durchaus die Chance da, dass wir hier nochmal auflaufen. Das wäre jetzt das präferierte Szenario, dass wir hier nochmal auflaufen, eben in diese Zone, gerne auch ein Stückchen unter diese Marke 1.08.69, ein charttechnisches Signal bekommen und dann zunächst erstmal wieder nach oben laufen, eben in Richtung 1.12.1.12.30. Von daher für mich die wichtigste Unterstützung hier bei 1.08.69. Damit sind wir schon im Tagesschart, schauen uns doch diesen Bereich nochmal ein bisschen genauer an. Unterstützung, Widerstand würde ich hier auch gleich behalten wollen, wie im Wochenchart. Und wir sehen es dann hier linkseitig, dass wir hier einmal durchgebrochen sind durch die Zone, aber hier, da ging es dann los, wir sind herangelaufen, Käufer im Markt, dann hier wieder abgeprallt, dann im weiteren Verlauf mit einem höheren Hoch, dann sind wir hier nach oben durchgekommen, korrigiert, dann auf diese Linie wieder drauf und dann sehen wir hier in dieser Kerze mit der Eröffnung, dass wir genau auf diesem Bereich wieder Käufer in den Markt bekommen haben und das Entscheidende ist, dass wir hier entsprechend einen Schub bekommen haben. Also wir sehen, die Schubs sind auch so ordentlich nach oben, drei Tage hintereinander, ging es hier auf Schlussgrussbasis immer weiter nach oben. Dann im Umkehr sind wir hier mit Schub nach unten durchgekommen, wieder herangelaufen, fast genau an diese Linie und dann von da aus ging es dann wieder weiter nach unten. Also man kann sagen, diese Linie, dieser Bereich ist dann dementsprechend Dreh- und Angelpunkt. Auch hier sehen wir nochmal, wir tänzeln über diese Linie drüber, schieben hier nach oben durch und in dieser Kerze, diese hier, da sehen wir es, wir laufen direkt auf, Käufer wieder in den Markt gekommen und wir sehen es identisch wie hier, dass wir ordentlich Schub bekommen haben und das Interessante und Spannende daran ist, ein höheres Hoch ausgebildeter, also höher als dieses Hoch. Das heißt, umso bedeutender ist diese Linie geworden. Hier sehen wir, dass wir dann überkauft waren und das sehen wir dann hier im Vergleich dazu und dann sehen wir, dass wir jetzt hier langsam nach unten laufen, jetzt mache ich mal hier ein bisschen Ordnung, und dann sehen wir, hier haben wir zwar Schub bekommen, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, haben hier noch kein neues Tief ausgebildet, das heißt, das schiebt hier so langsam seitlich vorbei, Beikäufer, die hier reingekommen sind, sind direkt wieder abverkauft worden, aber gleitender Durchschnitt kommt von unten und als mögliche Unterstützungsvariante, wir haben diese Zone hier, also das für mich so ein Bereich, auch im Tagesschart, wo durchaus Unterstützung geben kann, wie gesagt, alles kann, nichts muss, aber rein optisch, aus der Erfahrung heraus, aus der Charttechnik heraus, wird jetzt für mich auch hier im Tagesschart diese Zone mit entscheidend. Und also auch hier präferiertes Szenario, wir laufen nach unten auf, Charttechnisches Signal, gucken vielleicht nochmal eben hier im Moment runter, eben unter dieses Tief, das ist nicht auszuschließen, passiert durchaus mal, aber das wäre das präferierte, das, was ich mir im Monitischen wünschen würde, laufen dann wieder nach oben an, RSI im überverkauften Bereich und ziehen dann zunächst erstmal wieder auf Tagesbasis hier in Richtung 1.10.50. Dann haben wir noch den Blick in den Spundenschart, ich habe es jetzt mal ein bisschen kleiner gemacht, jetzt sehen wir diese Seitwärtsphase, die wir im Tagesschart gesehen haben, nochmal ein bisschen aufgebröselt hier im Stundenschart und wir sehen hier Bewegung, Korrektur, Bewegung. Und dann sehen wir Korrektur, Bewegung, Bruch, ich mache es mal ein bisschen genauer, wir haben hier das Tief, hier das tiefere Tief, das müssen wir sogar korrigieren, wir haben hier vorangestellt noch das Tief, das heißt wir sind im Endeffekt hier schon, haben wir schon den Bruch bekommen, sind dann mit Schub nach oben durchgelaufen, Korrektur, Bewegung, also Aufwärtstrend im Stundenschart und hier sehen wir jetzt Korrektiven Abwärtstrend. Jetzt sehen wir parallel dazu noch, dass wir hier, so richtig unten durch waren wir noch nicht, wir sind noch angelaufen an das Tief und dann könnte es jetzt interessant werden, brechen wir hier nach unten durch, dann wäre der Abwärtstrend wieder intakt, mögliches Unterstützungsziel wie Tages- und Wochengleich 1.089.60.9, dann könnte es sogar, wenn das hier, ja hier war Schub drin, das hier war hier, hier war es nicht ganz so massiv, dann könnte es relativ zügig gehen, präferiertes Signal nach unten durch, Korrektur und dann Schub nach unten, das wäre dann interessant, alles kann, nichts muss, wie gesagt, und auf der Oberseite momentan Widerstand meines Erachtens bei 1.10.7.30, das heißt, ihr seht hier jeweils und auch hier, dass in dieser Zone, in dem Bereich, die Käufer schwach geworden sind und dann die Verkäufer jeweils das Hochbruder übernommen haben. Erst wenn wir hier oben durch sind, dann hätten wir wieder einen intakten Aufwärtstrenden. Solange bleibt es hier aus meinem Verständnis heraus, eben in dieser Seitwärtsphase im Stundenschart. So weit ist es mal zu meiner Einschätzung rund um das Währungspaar Euro, US-Dollar, wie es weitergeht, das bleibt natürlich zunächst erstmal abzuwarten, aber zumindest haben wir uns vorbereitet mit den entsprechenden Widerstands- und Unterstützungsmarken im Wochenschart, im Tagesschart und im Stundenschart. Denk aber bitte mal dran, alles, was wir hier im Video und im Chart zu besprechen, das kann so kommen, das muss sich so kommen. Es handelt sich dabei lediglich um eine persönliche Einschätzung aufgrund meiner langjährigen Erfahrung. Ich hoffe jedenfalls, das Video hat dir gefallen. Wenn das so ist, dann lass doch bitte einen Daumen nach oben da und vergiss nicht, den Kanal direkt zu abonnieren, da bist du immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. Bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg beim Traden, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg beim Traden.